Die Leute sagen, ich mache aus der Kirche ein Business, aber ich möchte euch ein, an dem Tag, an dem ich angefangen habe zu dienen, In Punjab, nicht draußen, und ich hatte ein Business in Punjab, ich bin nur zur Kirche gegangen, ich hatte die Kirche mit Geld unterstützt, mit Kraft, ich habe versucht Leuten zu helfen, Aber in dem Moment, als ich angefangen habe, dass sie arbeiten sollen, habe ich nur die Hälfte angefangen zu dienen, An dem Tag, an dem ich 5.000 Leute in meiner Kirche hatte, hat meine Kirche angefangen, die größte in der Kirche zu dienen, Und auch an dem Tag, habe ich meinen eigenen Business noch gemacht, und als Leute, mehr als 25.000 wurden, Ich habe nur die Frage, dass ich heute ein Buch schreibe, kann ich ein ganzes Jahr davon leben, Ich nehme kein Geld von der Kirche, ich nehme keinen Einkommen, und nichts, Wenn ich zum Predigen gehe, dann können Leute nicht zu mir sagen, Du möchtest du gepoundt haben, oder möchtest du Euro haben, Ich möchte weder pound, oder Euro, noch möchte ich Euro haben, Wenn du eh, ich möchte, ist, dass du es zurückgegeben hast,